Regel Nummer 1 Niemand redet über den Schwimmclub. Was ins Becken geht, bleibt im Becken. Regel 2 Regel 2 Eine Stunde in der Woche schwimmen wir alle als Einheit füreinander. Alle sollten sich ernsthaft bemühen, anwesend zu sein. Regel 3 Für dein Privatleben gilt folgendes, lass es draußen. Keine Fragen, kein Erzählen. Regel 4 Der Club setzt sich aktiv für diesen Sport als dopingfreie Sportart ein. Was? Regel 5 Wir sind so stark wie unser schwächstes Mitglied. Und das ist stark genug. Ich frag mich, wie ich da reingehöre. Und vorbereiten auf den Wurf. Zeus, der aus dem Olymp aufsteigt. Ja! Das eben sollte ein Flip sein. Gebt mir den Gnadenstoß. Gleich nochmal. Nochmal. Viel besser als die letzten 36 Male. Wie lange sind Sie bereits Buchhalter? 300 Jahre. Was ist mit dir los, Eric? Du bist nicht mehr du selbst. Ich weiß nicht mal, ob du mich noch liebst. Hallo, Eric. Du triffst dich mit einem anderen. Jetzt ist der Sex. Herrgott, Eric. Ich kann jetzt wirklich nicht... Kann ich dich nicht befriedigen? Das ist eine Frage der Fitness. Es ist eine Frage der Übung. Eigentlich ist es eine Frage der Zahl. Regel Nummer 1. Niemand redet über den Schwimmclub. Was ins Becken geht, bleibt im Becken. Männer synchron schwimmen? Sie sehen hier das britische Männer-Team. Das hier ist nicht irgendein Club. Es ist eine Idee. Ein Protest. Gegen die Sinnlosigkeit des Lebens. Gegen das, was es uns geworden ist. Das ist voll Schreck. Ich denke, Mom hat recht. Du drehst durch, Dad. Das sind Männer. Wieso sind das Männer? Liegt an den Chromosomen, denke ich. Fahrt doch auch nächsten Monat nach Mailand. Mailand? Da ist die Weltmeisterschaft. Ein absolutes Nein. Niemals. Wieso sollte ich mir das ansehen? Weil ich da mitmache. Ich möchte wirklich, dass du stolz auf mich bist. Auf was? Dass du mit Männern schwimmst? Ich möchte jetzt nicht mehr. Aber das ist mit einer Klinik. Wieso ist das eine Klinik? Das ist alles. Ich möchte. Vielen Dank.